und damit willkommen zurück zu kalister protokoll einen ganz harmonosen spiel ohne gewalt natürlich nicht damit sehr viel gewalt und wir machen jetzt mal hier weiter bereich gesichert weiter zum medizinbereich ok leichte ich an den sicherheitseinheiten vorbei märz ob ich die noch sehen werde alle systeme nominal die gefängnissysteme brechen zusammen sowie der aufzug dahinten bleib einfach außer sichtweite dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen wird schon schiefgehen nicht umdrehen waffensysteme online dürfen mich nicht sehen ja i know ne wohin gehen wir ok ach hab ich mir das auch gegangen scheiße das steht da hinten kommst du wieder zu mir na bericht keine aktivitäten gefunden schön na komm jetzt beweg dich bewegungsscan wird durchgeführt naja gott sei dank ach so so einer bist du also iiiiia sicherheitseinheit black iron schön unten bleiben naja ok was gab es denn hier so für eine party eh black iron ok er schaut jetzt nach da unten Okay. Äh, Implantat M110. Ist das der Raum? Muss ich die ganzen Nackendinger hier reinmachen? Ja. Sicher ist relativ, ne? Ja, ich glaub, der Roboter funktioniert nicht mehr. Kiste. Aufmachen. Oh, scheiß Vieh. Ja, cool. Kein Loot also. Oh, heute mal kopflos. Okay. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen umgucken. Okay. Oh, jetzt vermute ich die da unten. Passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich das rausmach? Man schaltet nicht. Zwischengeschoss M123. Oh. Scheiß Vieh. Jetzt brennt die auch noch. Loot? Kein Loot. Okay. 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 Da, bis sie... Bestimmt nichts Schlimmes hier drin. Also, falls du die Veränderung meinst, die hier so abgeht, finde ich jetzt nicht so geil. Leben. Ich will sehen, welche Goodies hier. Nö. Lockdown. Hier noch was. Nope. Schatz bei dir aus, Kollege. Auch nicht. Oh, ich... Glaub... Ah, Moment. Da war doch was. Okay. Pardon. Ähm... Nö. Ist einfach nur ein Zwischenraum. Keine Ahnung. Stimmt ja. Da wollte ich da hin. Ja. Ja, geil. Gleich zwei. Ja. 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 Alter, dreh dich um. Was zum Teufel? Jetzt habe ich gerade... Jetzt habe ich gerade auf einem anderen Monitor ein Video von mir gestartet. Dachte mir schon, hä, warum höre ich mich jetzt selber? Wo ist Nummer 2? Na, ich würde schon mal auftauchen irgendwo. Oh, Spielzeug. Wobei... Ich hätte nichts gegen einen MG oder irgendeine andere Knarre. Hör zu, du bist fast am Wachtturm. Ich musste mich durchschleichen, aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar, bis dann. Okay. Keine Goodies hier drin. Nö, keine Goodies. Könnte eigentlich so eine Upgrade-Bank sein. Oh! Scheiße, 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 scheiße. Oh, cool. Stimmt, da war ja was. Mit Umgebung nutzen zum Töten. Aber das klingt kein Blut von dir, ne? Ja, doch. Wir kreien jetzt in deinem Bein drin. Ich habe keine Fragen. Hm. Ah, von oben. Äh, nee. Komm jetzt. So viel Lärm und dann kommt keiner. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen nutzlos, die Toten hier nochmal zu hauen. Boah, bis jetzt ist nicht einmal Loot drin. Also, die, was ich halt nicht selber umbracht habe. Tja. In einem bisschen in den Kreis gelaufen hier. Oh, Gesundheit. Nice. Äh, wie wäre es mit Lö? Wow. Nice. 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 So, kommt es auch nochmal her. Nice. Noch einer? Gut. Einmal looten. Nice. So, bei dir noch. Nice. Hm, haben wir da vielleicht Kudis? Oh ja. Ja. Ich glaube, die Veränderung ist nicht so geil geworden. Alle Eingreif-Truppen sofort probieren. Ha? Alles klar? Ehrlich. Sag mal, dass du kaputt bist. Ejo. Das ist kein Problem mehr. Vermutlich mehr sein hier, hm? Ähm. Was zum... So, ähm... Wo muss ich denn jetzt hin? Hier konnte ich ja nicht rein, ne? Was habe ich übersehen? Ähm. War es verschlossen? Moin. Da hinten ging es ja nicht rüber, oder? Ah, doch. Ah, Tür offen, oder nicht? Ach so, hier. Ich dachte, das ist eine Tür, die irgendwie aufgeht. Ähm. Da hinten ist auch eine Tür. Nein, 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 nein. Schon verstanden. Verdammt. Okay. Ich schicke Squad 9 rein. Sir, Squad 9 ist ausgelöscht. Position halten. Wir schaffen es nicht. Rückzug. Wir haben die Kontrolle verloren. Gut, dann aktivieren Sie alle taktischen Einheiten. Schusserlaubnis erteilen. Ich wiederhole. Schusserlaubnis erteilen. Nein, das ist ein Befehl. Töten Sie alles, was sich bewegt. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, jetzt. Das war so klar. Du. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß. Okay. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ah. Du stürzt ja ab. Und dann geht ja alles in den Arsch. Oh. 521. Schau mich an, wenn ich mit dir rede. Was hast du getan? Sag's mir. Bist du anders? Bist du besonders? Aber besonders vermutlich, ja? Warum heute der Worten dich lebend? Oh. 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 Damit habe ich jetzt nicht so ganz gerechnet. Aber, okay. Was meinst du? Er war hier. Und diese Dinge haben ihn getötet. Du bist härter, als ich dachte. Geh einfach weiter. Ich habe weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Was ist deine Definition von sicher? Ich fände es eigentlich hier gar nicht mehr so unsicher. Komm mal mit dem Lift drauf. Aber was steht denn hier? Was ist das da? Ist das ein Putzer, oder? Du wirst noch viel Arbeit haben. Okay. Was haben wir denn hier? Sicherheitstor. Okay. Ah, Lexus. Boah. Ach, scheiße. Ich glaube, du hast ein bisschen einen Knall auf. Okay. Alles okay? Ich glaube, einfach dir mache ich schon wild. Aber keine Goodies hier. Ich denke mir egal, wenn man die hacken könnte. Woah, woah, woah. Ach du Scheiße. Du Arsch. Alter. Ja, wenigstens Loot. Credits, die ich noch nicht ausgeben konnte. Checkpoint. Okay. Irgendwas sinnvolles? Nö. Nö. Ja. Ja. Ja, ich bin ja da. Komm. Hallo, mach was. Oh, endlich was zum Schießen. Okay. Also, ist das jetzt der Punkt zum Geld ausgeben? Schauen wir mal. Pistole, Revolver. Schaden. 800. Sonst geht's noch gut, oder? Kann ich mich hier bewegen? Ja. Warte mal. Achso, mit alt. Aber wie kann ich zu dem doch links hier hingehen? Gesundheitsinjektor, Gesundheitsinjektor, Energieumwandler. Den verkaufe ich mal. Aber ansonsten. Ja. Wieso kann ich da nicht zu den anderen Sachen hier rüber gehen? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Oh. I see. Bisschen dämlich gemacht. Warte mal. Verkaufen. Energieumwandler. Gesundheitsinjektor. Aktion. Lassen wir mal. Okay. Jetzt kaufen. Okay. Okay. Jetzt kaufen. Ja, um hier abzuhauen, brauchen wir ein Schiff. Eins, das du fliegen kannst. Hier gibt's einen, der sich ins Netz hacken und eins aus dem Orbit rufen kann. Da sitze ich in der Schuh. Hochsicherheit. Verdammt schwer, da reinzukommen. Nervt das Chor? Ja, schon von Anfang an. Ja, die können einem das Hirn aufweichen. Keine Sorge, man gewöhnt sich dran. Kennst du hier? Ja, geil. Ja, geil. Oh, wir könnten auch gemeinsam gehen. So, ich bin nochmal zu dem Automaten hier. Äh, stabiliert. Ah, jetzt kann ich wechseln. Das ist Elektroschocker. Blocken, Konterangriff. Kost 300. Aufdunstern Dämmungsschwung. Okay. Revolver-Munition. Hätte ich gerne. Ich glaube, das hätte ich gerne nochmal. Okay. 112. Das ist alles 300. Hm. Schadensplus kostet 600. Oder 1800. Gesundheitsinjektor. 500. Okay. Ist gar nicht mehr so billig, das Zeug. 6 Schuss noch? Okay. Ja, dann... Bis später, ich guess. Nachdem du einen Combo-Angriff ausgeführst, halte... Also nach dem Schnellschuss in die Karte beim Gegner, drücke und halte die rechte Maustaste und drücke dann schnell die linke Maustaste, um den Gegner automatisch anzuwischen und die Waffe für einen zusätzlichen Treffer abzufeuern. Ja, okay. Ich stehe gleich einer auf. Zum Testen. Ah! Au. Hallo? Scheiße. Das hat schon mal nicht funktioniert. Okay. Okay. Immerhin. Umschuss. Aha. Da ist nicht mal Loot drin. Ach so. Alles klar. Hm. Das sieht immer so einladend hier aus. Moin. Schleich dich von hinten an. Das wäre eh meine Frage gewesen. Wie geil das funktioniert. Nice. Cool. Oh, scheiße. Ah, fuck. Ah, so einer bist du. Aua. Okay. Okay. Das mit der Waffe funktioniert richtig gut. Oh, 35 mal Leben. Zipulis. Noch einer. Die Musik sagt so. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Wieso, wo mache ich das eigentlich? Warum spiele ich solche Spiele? Ich muss jedes Mal selber überreden, dass ich spiele. Und bin dann immer schön angespannt. Gut. I guess. Hier keine weiteren Goodies. Ähm. Okay. Goodies. Funny Goodies. Ähm. Ach so. Mh. Meckert doch den ganzen Saft hier. Schauen wir mal, ob wir das mit der Schnelltötung nochmal hinkriegen. Ja, komm her. Das ist sehr praktisch. Ich kann sie nicht öffnen. Du musst die Zugangsdaten finden. Such in der Umgebung nach toten Wärtern. Ja, gleich. Wo bist du da aus? Scheiße. Das hat so. Das hat gar nicht funktioniert. Geil. Geil. Alles. Schade jetzt. So. Tut die Wärter. Das sollte ja nicht so schwer sein. Das kann es mir jetzt nicht sagen, dass es in dem Raum keine Goodies gibt. Ich weiß nicht gut ist. Okay. Ähm. Weiß nicht. Oh, hätte sie noch was. Kann ich bei dir irgendwas machen? Hab einen. Schneid mit der Klinge das Implantat raus. Was? Geht leider nicht anders. Nur so kommst du durch die Tür. Hier drin tut man, was man tun muss. Dieser Ort hat die Macht, dich zu verändern. Ja. Ich hatte keine Wahl. Die Häftlinge sind durchgebrochen. Ich muss ihnen die Tür versiegeln. Hört mich jemand? Herr Officer James. Warren Cole? Wo sind sie? In meinem Turm. Ich beobere mich. Okay. Warum? Was passiert hier? Das Ende. Einer langen Reise. Waschraum oder sowas? Okay. Es war so klar, dass das irgendwann passiert. Komm. Halt drauf. Alter. Warum? Manchmal verliert die Spiele einfach den. Fokus. Da bin ich mit der Maus draußen. Alla. Ah, danke. Will ich da lang gehen? Da geht's runter. Da geht's da lang. Da geht's auch runter. Ja, Mann. Hier runter. Ähm. Okay. 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 Könnte ich aufmachen. Aber es... Vorrat. Okay. Okay. Dann schaum wir doch mal. Oh. Da haben wir einen Freund. Und noch einen. Und da. Hala. So. Warst du das? Dankeschön. So. Haben wir so wirklich was gebracht, hat das jetzt gar nicht. Wir könnten höchstens da bei der anderen Seite mal reinschauen. Wenn du uns da reingehen darfst. Irgendwann wird auch mal was von hinten kommen. Und uns irgendwie wegziehen wollen oder so. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wieso baut man so einen Scheiß? Hm. Sehr einladend. Mal wieder. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und ob ich hier überhaupt sein soll. Ehrlich gesagt. Sieht das so aus, als wäre das Ganze hier auf den ehemaligen anderen Bereich gebaut worden. Ist das der Aufzug, der da vorhin runtergebracht ist? Du könntest hinkommen. Oh ja. Irgendein schräger Kult. Ich glaube, da mache ich nochmal ein Foto. Es war irgendwie klar. Das wird mein letzter Log-Eintrag von hier aus sein. Die Renovierungsarbeiten am Turm sind fast abgeschlossen. Und das Programm? Reaktiviert. Dr. Mahler leitet es. Und was wollen Sie erreichen? Ergebnisse. Nach jahrzehntelangen, falsch durchgeführten Forschungsarbeiten. Verstehen Sie das nicht? Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Okay, aber so wirklich aufschlussreich war es jetzt irgendwie nicht. Aber ja, wir haben hier irgendeinen schrägen Kult am Start. Läuft. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, an der Stelle belastbar. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier im Kampf-Simulator. Ciao. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.